Also ich möchte gehen zum Riesenrad. Zum Riesenrad. Also gehen wir mal zum Riesenrad. Ja, aber das wird es jemand völlig nicht geben. Das ist ja morgen in der Stadt im Kaufhaus irgendwo bis morgen. Was denn? Klebepfand. Ja, aber nicht sowas. Das ist ja morgen. Da ist ja auch ein Laden. Nein, das ist ja morgen. Ja, das ist ja morgen. Ja, das ist ja morgen. 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 urable Untertitelung des ZDF, 2020